Es ist mega unkompliziert. Ich glaube, das ist das, was ich schätze. Man kann sein, wie man will, und man wird akzeptiert. Es läuft einfach. Die Stadt der Suisse, die ich gesehen habe, ist die einzige, in der ich wirklich will, um zu leben. Hier ist Vienne. Hallo, ich heiße Arnaud Zwallen. Mein Name ist Mathilda Leonards. Ich arbeite jetzt in der Ecole Primäre de la Champagne als Lehrerin primär. Ich bin Klassenlehrerin der Oberstufe. Es ist ein Konzept der Cohabitation. Es ist immer eine Stadt, die offen ist für alle, und das merkt man auch in den Schulen. Die Leute sind weniger kritisch, auch gegen die Außenstehenden. Das ist auch das, was ich schätze. Es gibt immer diese historische, die historische Konflikte. Es ist immer ein grosses. Es gibt immer noch, aber es gibt immer noch alles. Es kommuniziert mit ihnen und funktioniert gut. Das B-Linke hat mich sehr angezogen. Es gibt so viele verschiedene Angebote, kulturell, kulinarisch. Es ist immer zweisprachig. Man switcht von Mundart zu Französisch. Ich schätze, dass es eine kleine Stadt ist. Man kann alles mit dem Velo machen. Man ist überall schnell. Man ist mega schnell integriert. Es ist ein Zuhause-Gefühl. Ich habe auch schon gehandelt. Das ist nicht für mich. Ich will dort arbeiten, wo ich wohne. Wir arbeiten mit der Zukunft dieser Stadt. Es ist unsere Stadt. Ich liebe diese Stadt. Ich will dort arbeiten, wo ich auch lebe. Ich habe meine zwei, drei Orte, wo ich sehr gerne hingehe. Auf Kurzelen. Ich habe die Buvette. Einfach mit Freundinnen. Ich gehe zu sprechen. Ich gehe zu Beton spielen. Ich bin Musiker. Ich spiele in einem Guitare-Akustik-Duo. Das heißt Lui et l'autre, mit dem wir ein Konzert an der Gürtelonne gemacht haben. Das macht mich jedes Jahr. Es ist wirklich schön. Wenn ihr noch mehr über Biel oder unsere Schulen wissen wollt, n'hésitez nicht an uns zu kontaktieren. Auf willkommeninbiel.ch Wir freuen uns.